Hallo, 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 weiter geht's mit Kock, willkommen da, ich bin der Lars, ich begrüße euch. Wie Lars, ein von fünf Bauarbeiter beschäftigt, ich weiß, ich hab heute noch nicht gespielt, heute ist Sonntag, ich hab noch nicht gezockt. Ging nicht, keine Zeit gehabt, hab sogar einen Angriff in die Fratze bekommen, wie man sieht, ajajajaja, ja gut, meine Mien-Sammler waren alle voll bis oben hin. Ich hab heute noch nicht gespielt, unterwegs fast den ganzen Tag, dann jetzt am Abend so ein paar Videos aufgenommen für die nächsten Tage, von daher kam ich noch nicht dazu. Und ich wollte ja eigentlich heute farmen, um mein Armeelager zu starten, kriegen wir nicht hin, kriegen wir heute leider nicht hin. Viele schreiben, Lars, du bist total ersuchtig, wie lange spielst du am Tag, nicht viel, ich spiel nicht viel am Tag. Ich farm einmal meine drei, vier, fünf, sechs Stunden, wie auch immer, am Stück und hab dann halt die Infernus beide gefarmt, auf Level Nummer zwei, easy. Und heute zum Beispiel gar nicht gespielt, ich habe heute wirklich gar nicht gespielt bislang, weil ich noch nicht die Zeit dazu gefunden habe. Ich habe einen Bauwatter frei, weil die Kanone fertig geworden ist, ich denke mal, ich werde dann gleich irgendwas hier starten von dem Bereich. Ich weiß gar nicht was, der X-Bau kostet fünf Monate, würde sogar zehn Tage dauern, der auf zwei, what? Die Kanone könnte ich starten, die dauert einen Tag, dann morgen Abend zum, ne, morgen ist ja Montag, fuck. Bei euch ist morgen, Dienstag bei mir ist Montag, weil ich ja einen Tag zurück bin. Ich könnte die Kanone auf sieben starten, das wäre so eine Möglichkeit, mal gucken. Ähm, ich werde das irgendwie, weil ich, glaube ich, nicht dazu komme, denn bis morgen Abend, also quasi bei mir bis Montag, könnte ich es schaffen, so viel zu farmen, dass sie das Armeellager dann hochziehen. Mal gucken, vielleicht mache ich das ja. Wir werden es sehen. Wir werden Ash auf jeden Fall sehen. So, ich kann noch nicht Autofahren, läuft. So, äh, ich würde mal sagen, Kristalle habe ich ja bei euch was angestupst, von wegen, äh, was da los ist. Ich wollte übrigens meine Base umbauen. Ihr seht selber. Habe ich versprochen, definitiv habe ich versprochen. Gibt es den Part? Nein. Ihr könnt euch jetzt gerne jetzt hier disliken oder so, ich kam nicht dazu. Ich war den ganzen fucking Tag nicht da. Ich konnte nicht spielen. Ihr seht das ja, aber ich habe nicht gefarmt. Deswegen ist eine Bauarbeit der ganzen Zeit frei. Es ist leider so, wie es ist. Es muss sich nochmal verschieben. Jetzt schon seit dem dritten Tag verschiebt sich hier die Scheiße, weil es eben nicht geht. Der Vorbereitungstag für ein Clan War ist quasi morgen bei euch heute. Da kann ich noch umbauen. Da muss ich es machen. Da werde ich es machen. Das heißt, morgen kommt dann der Part mit zum Umbauen. Entschuldigung, nehme ich auch meine Kappe hier. Auf die, ich habe es nicht geschafft zeitlich jetzt die Base umzubauen. Es ist wohl nicht viel Zeit, aber ich habe es einfach nicht. Ihr könnt aber gerne mir helfen dabei. Wenn ihr eine geile Base habt für Rathaus 10, Clan War und normale Base, schreibt sie in die Kommentare. Von mir aus auch mit Links zu anderen YouTube-Videos oder so. Ich werde das Ganze dann akzeptieren bei YouTube als Kommentar. Am besten nur YouTube-Links oder sowas. Dann passt es auf jeden Fall. Diesmal dürft ihr unter diesem Video sogar Werbung machen. Ich erlaube es euch quasi für ein anderes Video, wo eine Base drin ist. Es muss eine aktuelle Base sein, wo die neuen Luftfeger und so drin sind. Und wie gesagt, ihr könnt mich gerne unterstützen dabei. Deswegen schreibt es doch gerne rein. Und ich werde dann auf jeden Fall nachschauen. Oh, da war gerade WhatsApp. Entschuldigung. Ich werde dann nachschauen und werde auf jeden Fall die Base dann anpassen. Spätestens morgen kommt das Video. Es muss kommen, weil da ein Clan War ist. Ich habe mich eingetragen. In der nächste Clan War bin ich dabei als Rathaus 10er. Da habe ich Level 1 Infernus und die werde ich auch irgendwie hinstellen. Das heißt, wir werden Level 1 Inferno Action dann irgendwann mal sehen. Nicht in der normalen Base, sondern in der Clan War Base, weil wenn er von 1 auf 2 geupgradet wird. Ausbau gibt es ja nicht bei Clan War Base. Also schreibt mir gerne rein. Ein paar Links von geilen Bases oder so, die empfehlenswert sind. Oder von Namen und Clan Kürze von mir aus auch, die ihr gut findet. Bases. Und ich werde danach schauen. Ich habe da schon eine Base im Auge. Normale Base. Mal gucken, welche ich da nehmen werde. So weit dazu. Nochmal Entschuldigung wegen Base. Das nicht geht. Ging einfach nicht. Zeitlich nicht geschafft auf diesen Sonntag. So, weiter geht's. Wir werden mal kurz an unseren Gegner raussuchen. Kristall 1. Inziehungsweise Kristall allgemein ist sehr gut zum Farm. Habe ich euch ja gesagt. Ich weiß nicht. Also am Wochenende, wo ich da gespielt habe, am Samstag war der Loot so gut. Ich habe nicht lange gesucht und immer Instant Lager voll, Minen voll, alles voll bis oben hin. Ich bin in Gold geschwommen wie so ein Goldschwimmer. Wie so ein Goldtaucher. Unglaublich geil. Aber ich muss sagen, ich kann es nicht einschätzen. Auf dem Sonntag konnte ich nicht einschätzen, wie es jetzt ist. Es ist schon wieder Abend. Es ist gerade bei mir 20 Uhr 8. Von daher ist es schon wieder ein bisschen später. Aber auch was nachmittags auch so geil ist. Keine Ahnung. Hier haben wir zum Beispiel einen, wenn wir den abfahren, wenn wir so 100k von beiden bekommen. Aber ich möchte ein bisschen mehr haben. Deswegen suchen wir mal weiter. Ich glaube an diese Liga und wir werden bestimmt mehr finden. Dieser Kollege hier hat alles nicht in den Minen und Sammlern, sondern alles im Lager drin. Da kommen wir nicht ran. Hier kommen wir auch nicht ran. Ich habe wieder Bart dabei. Deswegen wisst ihr Bescheid. Der Kollege hier. Ja. Ja, doch. Doch. Was hat der hier? Ein bisschen was ist in den Gold. Das können wir machen. Die können wir mitnehmen. Den können wir noch von der Seite das Rad ausnehmen. Aber mit dem Helden. Ich glaube den nehmen wir. Oder? Den können wir nehmen. Obwohl wir natürlich. Ich suche mal was Besseres. Es ist Kristall, Leute. Es ist Kristall. Wir werden was Besseres finden. Zum Beispiel den hier. Ne. Der hat viel in den Lagern wieder. Weiter. Kann ich mal schön sehen. an der kleinen Mine neben der Goldmine. Diese kleine Mine. Seht ihr das da? Diese kleine Goldmine neben der Goldmine. Wenn da Gold drin ist, ist das meiste quasi da drin. Und bei den Sammlern, bei den Alexi-Sammlern in der Mitte an diesem Glas Ding da. Wenn das voll ist, sieht man auch, wie viel Loot quasi in den Minen und Sammlern ist. Man sucht die Inaktive, weil viele Inaktive halt hier sind. Samstag war halt übertrieben viel. Die ganze Zeit. Jetzt geht es. Man muss ein bisschen länger suchen. Aber wenn man drei Minuten wartet und die Armee dauert ja eh wieder zum Upgraden, weil wir keinen Boost drin haben, kann man ja eigentlich. Man kann suchen. Man kann suchen. Das wird sich lohnen. Da ist auch nichts hier. Wir suchen einfach mal jetzt, bis wir einen finden. Ihr seht ja, wie lange der zum Beispiel. Wäre auch inaktiv. Würden wir 177, 74. Da ist ein bisschen mehr drin. Ich möchte von beiden so 200k. Sowas in der Art ist schon geiler. Also hier sieht man es auf jeden Fall. Der ist inaktiv. Rechts neben der Mine ist alles voll. So einen kann man nehmen. Das sind fast 200k von beiden. Außenrum zu. Man muss nur Batsch setzen. Ich glaube, ich muss nicht mal die Hellen setzen. Man geht halt hier rum zu. Setze billige Einheiten und bekomme 200k für diesen Angriff. Wie geil ist das denn bitte, Leute? Dunkel ist jetzt nicht ganz so viel. Normalerweise bekommt man sogar noch etwas mehr. Aber ist ein guter Rathaus-Szene. Ist ein guter. Weil die ganze inaktiven sind scheinbar in Kristall reingerutscht, Leute. Geht da hin. Der Loot ist geil. Und wann habt ihr das letztes Mal... Oder schreibt doch mal gerne in die Kommentare. Wann habt ihr das letzte Mal wirklich inaktiv gefunden? Also ich finde jetzt dauerhaft hier welche. Richtig geil. Geht da rein, wenn ihr Bock habt. Aber nehmt nicht den ganzen Loot weg. Ich möchte auch noch ein bisschen was haben. Aber passt schon. Wir können die 50% auch mitnehmen, wenn wir Bock haben. Der ganze Loot ist, wie ihr seht, auf jeden Fall... Mauerbreche setze ich nicht. Ist nämlich teuer. Mauerbreche sind teuer, deswegen setze ich keine. Jetzt sind heute die letzten Einheiten alle rein. Und ich glaube, die 50%, das sollte passen. Mit den Helden Easy Snack. Ich hätte gar nicht alle Einheiten droppen sollen. Hier kurz beide Helden gedroppt hier. Losgeballert. 0-0-1. Nimm den ganzen Loot mit. Und hätte das auch mit der Hälfte von den Bartsch-Truppen einsetzen können. Beziehungsweise machen können. Easy, Leute. So fahrt man schnell. So fahrt man geil. Mit billigen Truppen geht in Kristall unter 2.200 Pokale. Dort findet ihr geilen Loot. Zumindest als Rathaus 10er. Ich denke, als Rathaus 9er sogar noch besser. Weil Rathaus 9er meistens immer den geilsten Loot hat ever. Also Rathaus 9, spitze. Also der Loot, die ich da gefunden habe. Ein purer Genuss. Wir haben schon wieder 87.000 Dunkles. Bei 160. 160 werde ich die Queen upgraden. Wird noch ein bisschen dauern. Dann wird es auf 42... Äh, 42. 32. Natürlich 42. Hätte ich auch gerne. Dauert noch ein bisschen. Und da ich, wie gesagt, nicht dazu komme, jetzt noch mehr Elixiere zu farmen, werde ich, glaube ich, Mauern upgraden. Ich brauche 200k. Passt. 200k brauche ich, um die Kollegen abzugraden. Habe ich noch jetzt 320. 325 werde ich jetzt hier quasi für einen Tag den Bauarbeiter beschäftigen, damit die Kanone geupgradet wird. Ich glaube, das ist okay. Solange wir keinen Bauarbeiter, äh, frei haben, ist alles okay. Ziel ist es, dann im morgigen Part werde ich die Base umbauen. Clanwar Base und die normale Base. Wie gesagt, Tipps gerne in die Kommentare mit YouTube-Links und anderen Links, wo ich mir Bases anschauen kann. Ich, ich, wie gesagt, jede Meinung ist gerne gesehen. Ich könnte auch gerne Namen und Clan-Küste reinposten von Bases, die ich mir mal anschauen soll, die ultimativ geil ist. Ich könnte auch gerne dazu schreiben, was die Base so stark macht oder wieso. Welche Bases werde ich mir bestimmt eher anschauen, wie zum Beispiel einfach nur, guck da, Alter, ist voll geil. Deswegen gerne, äh, reinballern, schön Text mit hinein, was an der Base ganz geil ist, wie viel Devs und so weiter und so fort. Eigene Erfahrung von den Bases auch gerne in die Kommentare, die ich nehmen soll für Rathaus 10, dann passt es. Ja, ganz wichtig, wir wollen quasi eine Clanwar Base und eine normale Base, so eine Pokal Base, weil Rathaus in einem Minimus. Und sonst, äh, Clanwar geht dann wieder los. Ob ich Live-Clanwar Action, äh, mache, mal gucken, wenn genug Leute Bock haben. Wir werden definitiv unsere Infernus dann im, äh, Einsatz sehen, endlich mal. Ich bin gespannt, wie viele Sterne die dann schaffen, wenn ich die Base, Base von euch genommen habe, umgebaut habe. Und bis morgen möchte ich dann gerne auf 6,7, wie viel? Äh, möchte ich gerne 6,75 Millionen Elixier gefarmt haben, quasi bis morgen 20.12 Uhr. Also Montag bis 20.12 Uhr, dann kommt quasi der Part wieder am Dienstag, wisst ihr Bescheid. So, dass ihr quasi morgen dann seht, dass das nächste Armeelager geupgradet wird, das dritte von 4. Das wäre schon mal ziemlich geil. Der nächste Bauarbeiter ist dann wieder frei, wenn wir das Armeelager quasi beschäftigen. Ist der nächste Bauarbeiter wann wieder frei? Ähm, 1, 2, 3, 4, 5. Dann ist für dich der nächste in 7 Tagen. Dann in, äh, 8 und 9 Tagen. Beziehungsweise haben wir wieder 3 Bauarbeiter, die fast zeitgleich, äh, fertig werden. Beide Inferno-Türme und das Armeelager hier. Dann muss ich wirklich in 9 Tagen und einer Stunde muss ich beide Infernos wieder auf, äh, muss ich wieder upgraden. Und zwar auf Level Nummer 3. Ziel ist es, sobald die Infernos fällig sind, Boots gehen sie auf 3. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. 8 Millionen? Wird das alles kosten? 8? 8,5 Mille? Könnte ich mir vorstellen. Also ich denke mal, 8 Mille wird es kosten, die auf 3 zu ziehen. Puh, das wird anstrengend. Ebenso möchte ich gerne diese Woche die Queen auf 32 bekommen. Das sind so die Pläne, die ich habe. Weil diese Woche sind wir dann eigentlich, müssen wir gar nichts mehr farmen. Wir müssen nur dunkles farmen. Wir müssen diese Woche dann nur dunkles farmen, weil wirklich kein Bauarbeiter mehr frei wird diese Woche dann. Weil die alle so lange arbeiten. Es dauert alles so lange. Hier 9 Tage, 9 Tage, 7 Tage, wenn ich das hier anfange, dauert sie auch nochmal 10 Tage. Meine Fresse, warum dauern das alles so lange? Das heißt, wir können dunkles farmen en masse und können die Queen auf 32 bringen. In 12 Tagen ist der Golem erst fertig. Bis dahin habe ich wieder genug. Die Frage übrigens ist auch, was würdet ihr machen? Ich tendiere gerade eben dazu, die Burgenschützen als nächstes auf Level 7 zu bringen. Wenn in 12 Tagen der Golem fertig ist. Oder die Mages. Wie gesagt, ich glaube, mehr Burgis. Dann Mages. Dann Mauerbrecher. Oder Barbaren. Ich weiß halt nicht, ob ich da noch mit Barbaren angreife. Wenn ich viel Batsche, vielleicht sogar Barbaren. Eher Mauerbrecher. Oder Mauerbrecher eher. Mauerbrecher ist immer dabei, bei jeder Angriffsstrategie. Also würde ich sagen, Mauerbrecher. Also, Burgenschützen, Magier. Musik komplett ausgesetzt. Dankeschön, Bluestackplayer. Läuft bei dir. Burgenschützen. Magier. Das dauert dann jeweils hier. Wie lange dauert das? Wie viele Tage? 14 Tage. Dann nochmal kurz zwei Wochen. Und dann 10 Tage. Okay. Also, Burgis. Magier. Alter, dieser Sound. Entschuldigung. Als nächstes dann die Mauerbrecher. Und dann die Barbaren oder Riesen. Und Packers. Und vielleicht sogar schon früher Packers. Weil ich viel mit Go-Web angreifen muss. Fragezeichen. Keine Ahnung. Werde es denn? Schreibt mal gerne hinein, wie ihr ausbauen würdet. Wenn ihr frisch Rathaus 10 seid. Ihr seid ja schon teils Rathaus 10 gegangen. Deswegen könnt ihr es gerne reinschreiben. Und dann würde ich mal sagen. Sind wir schon tatsächlich wieder am Ende von diesem Part. Sorry, dass ihr nicht umgebaut habt. Ich habe es aber zeitlich nicht geschafft. Und wenn es euch trotzdem gefallen hat, würde ich mich freuen. Über einen Daumen nach oben. Morgen dann der große Part mit Umbau und so weiter. Tipps, welche Base ich nehmen soll. Haufen Supernasser-Boys. Reingehauen bis zu der Ball. Tschüssi. Der Saal ist komplett weg. Tschüss. Es schneit noch. Ist noch Weihnachten. Er ist vorbei.